Moin Moin, ein zwei Worte von mir heute einmal zu diesem kleinen Nachttisch Schrank Set. Es sind insgesamt zwei die man bekommt für den Preis und wir haben hier einmal diese dunkle Platte, gibt es auch in einer anderen Farbe, die finde ich persönlich aber sehr schön, dadurch wird das ganze ein bisschen gemütlicher und harmuckeliger, kombiniert wird das dann eben diesen schwarzen Stream hier und wir haben hier zwei Fächer, man kann sie theoretisch auch nicht einbauen, das ist mit so einem Netz, also man kann hier auch durchschauen, beziehungsweise mit so einem Gitter, es ist kein Netz in dem Sinne, ich habe hier dann ein paar Sachen abgelegt, also ich denke das ist relativ selbsterklärend, wir haben Füße, die höhenverstellbar sind, das ist auch ganz schön und ansonsten haben wir hier auch ordentlich Platz drauf, also ich denke man sieht das ja, ich habe hier jetzt ein Buch liegen, ich habe hier meine kleine Nachttischlampe und ich habe auch noch eine Alexa hier stehen, habe hier trotzdem noch genug Platz, also da kann man finde ich gar nicht so viel falsch machen und wie gesagt, ich finde die sehen eigentlich nämlich ganz schön aus.